Jahresendrallye oder nicht, das ist die alles entscheidende Frage, die sich die Anleger in diesem Dezember wieder mal stellen. Deutschland boomt weiterhin, nahezu alle Daten und Parameter zeigen nach oben oder sind sogar auf Allzeithoch. Rund um den Globus haben viele Börsen ein sehr erfolgreiches Jahr hinter sich. Sind wir jetzt also schon in einer Phase der Übertreibung oder lassen sich immer noch spannende Aktien finden? Das wollen wir hier auf dem Parkett der Börse Frankfurt besprechen mit Ulf Becker. Er ist Manager des Frankfurter Stiftungsfonds und Co-CIO der Shareholder Value Management AG. Einen schönen guten Tag. Herr Becker, Sie schauen in Ihrem Drei-Säulen-Modell ja ständig auch auf die Stimmung der Anleger, also das Sentiment, wie man es im Börsianer-Deutsch sagt. Wie würden Sie die Stimmung zurzeit einordnen? Ich würde sie als gut einordnen, aber eben noch nicht überbordend. Wenn man natürlich auf Dinge schaut wie den WIX, den Volatilitätsindex auf den S&P, der ist seit einiger Zeit unter 10%. Das führt dazu, dass auch die realisierte Volatilität, also wie Aktien schwanken, tendenziell sehr gering ist. Und das wiederum hat in der Folge die Konsequenz, dass Investoren mehr Risiko nehmen. Und das sehen wir zum Beispiel, wenn man auf die Cashquote der europäischen Aktienfondsmanager guckt, die liegt bei nur noch 3,5%. Also sehr, sehr niedrig. Und damit geht ein Heer ein höheres Risiko. Also insgesamt eine höhere Risikotoleranz bei den Investoren, weil eben auch die Weltwirtschaft gut funktioniert. Also das ist so das Thema. Noch nicht überbordend, aber doch schon erhöhte Risikobereitschaft. Die Stimmung ist das eine, was man sich anschauen muss. Das andere sind natürlich die Bewertungen der Aktien in den verschiedenen Regionen. Und dann empfinden Sie die Bewertungen bereits schon als übertrieben und wenn ja, wo besonders? Ich glaube, da muss man zunächst auf die anderen Assetklassen eben auch schauen. Durch die Programme der Notenbanken, der EZB, der FED, der BOJ, die ja auch vor allen Dingen viel Fixed Income kaufen, ist dort insbesondere die Bewertung relativ hoch. Also wenn ich eine relative Betrachtung mache zwischen Aktien und Renten, dann sage ich, dann sind Renten nicht teuer im relativen Vergleich. Schaue ich mir aber die absolute Bewertung der Aktien an, dann ist es natürlich schon so, dass da einige Märkte, und da rede ich insbesondere über die USA, relativ teuer sind. Weil man muss erst mal abwarten, was die Steuerreform wirklich an Unternehmensgewinnwachstum bringt. Da darf man durchaus skeptisch sein. Andererseits gibt es Märkte wie Japan, die sind relativ günstig. Wie reagieren Sie denn vor diesem Hintergrund bei der Justierung Ihrer Aktienquote? Wir haben die Aktienquote aufgrund dessen, was ich gerade gesagt habe, die Volatilität ist so niedrig, haben wir sie antizyklisch reduziert. Wir waren im Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen Mitte des Jahres noch bei einer Aktienquote von über 90 Prozent, also sehr, sehr offensiv positioniert. Und wir haben den Kursanstieg im DAX beispielsweise von 13,5, 13,6 jetzt im letzten Monat genutzt, um unsere Aktienexposure auf 60 Prozent zu reduzieren. Aber noch wichtiger für uns ist, wenn ich auf die Portfolio-Konstruktion schaue, dass wir uns stärker auf Titel konzentrieren, die nicht so stark am Markt hängen, also am Beta hängen, sondern sehr viel unternehmensspezifische Risiken und auch Chancen eben haben, weil größere Events bevorstehen, weil Aufteilungen des Unternehmens bevorstehen. Und darauf fokussieren wir uns in der Aktienselektion. Also es sind zwei Komponenten, weniger Aktienquote und sehr spezifisch hinschauen, wo investiere ich denn. Value-Aktien sind ja in den letzten ein, zwei Jahren so richtig in Schwung gekommen. Herr Becker, ist jetzt also die Zeit für Value gekommen oder ist es schon so gut gelaufen, dass die Zeit fast schon wieder vorbei ist? Ich glaube, die Zeit für Value ist da. Wenn man sich nämlich mal historisch anschaut, wann läuft denn Value? Das ist ein bisschen kontraintuitiv, denn Value läuft vor allen Dingen dann, wenn das weltwirtschaftliche Wachstum relativ gut ist. Diese Phase haben wir momentan. Wir haben Einkaufsmanager, Indizes nach Rekordhochs. Das globale Wirtschaftswachstum liegt bei circa 4 Prozent und sollte auch nächstes Jahr weiterhin gut werden. Und das sind typischerweise Phasen, in denen Value gut läuft. Weil Growth läuft nämlich dann gut, wenn ich wenig Wachstum insgesamt habe. Und dann gucken Anleger insbesondere nach den wenigen Aktien, die Growth versprechen. Apropos Value. Viele Tech-Werte haben ihre Geschäftsmodelle verstetigt in den vergangenen Jahren, konnten auch in diesem Jahr an der Börse deutlich zulegen. Also reden wir beispielsweise über Facebook, Apple oder auch Alphabet. Sind diese Aktien, sind diese Unternehmen mittlerweile in der Value-Welt angekommen? Ich würde schon sagen, dass sie das sind. Denn diese Unternehmen wachsen momentan, sind in einer Phase, wo sie sehr stabil 15 bis 20 Prozent wachsen. Und das ist aus unserer Sicht vielfach in den Preisen einfach noch nicht drin. Nun, man muss eins, glaube ich, im Hinterkopf behalten. Am Ende verdienen Facebook und Google vor allen Dingen an zwei Sachen. An der Bereitschaft der Nutzer für Dienste zu bezahlen und an der Bereitschaft der Unternehmen, Werbung zu schalten. Und das sind die Punkte, die hängen am Konjunkturzyklus. Also ich würde auch nicht behaupten, dass diese Unternehmen auf immer und ewig mit diesen Raten wachsen. Das dürfte nicht der Fall sein. Welcher Faktor hat denn Ihrer Meinung nach das größte Potenzial, für eine echte Krise oder gar einen Crash zu sorgen? Ja, ich glaube, wir haben gerade eingangs über das Thema WIX und Volatilität gesprochen. Das ist sicherlich einer der Faktoren. Wir haben viele Short-Vola-Produkte, in denen Unmengen von Geld geflossen sind, passive Produkte. Und da ist es nun mal so, wenn der Volatilität-Index von 10 auf 20 springt, dann sind all diese Produkte wertlos. Und Anleger erleiden einen Totalverlust, wenn dieses über Nacht passiert. Und das ist, ich nehme mal einfach einen exogenen Fall wie Nordkorea, das ist durchaus nicht auszuschließen, so etwas. Und das wäre dann für mich so ein Moment, der Bear Stearns-Moment, den wir 2007 gesehen haben, wo einige strukturierte Hedgefonds von Bear Stearns, erinnert sich heute kaum noch jemand dran, pleitegegangen sind. Das wäre so ein Thema, worauf wir sehr stark hatten. Und das Zweite ist, wir haben in der letzten Zeit gesehen, wenn es Unruhe gab, dann kam das über die Rentenmärkte. Also ein zu starker, zu schneller Sell-off an den Rentenmärkten. Auch wieder durch passives Geld, viel Geld in ETFs geflossen. Wenn ich zum Beispiel mal an den US-High-Yield-Markt denke. Wenn dort alle durch dieselbe Tür wollen, dann wird es insgesamt ungemütlich. Chancen und Risiken an den Aktienmärkten zur Jahreswende 2017-2018, erläutert von Ulf Becker von der Shareholder Value Management AG, hier auf dem Parkett der Börse. Ganz herzlichen Dank. Danke Ihnen. Danke. Danke.